Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Crypto Vision. Heute gibt es mal ein paar Wirtschafts-News, dann gehen wir mal auf den Crypto Space, um dann aber einzelne News zu bestimmten Kryptoprojekten, was ich so gefunden habe in den letzten Stunden. Aber beginnen möchte ich mit dem Hinweis, keine Finanz- oder Anlageberatung. Wir sind investiert in Kryptowährungen und während die Welt jetzt halt mal immer mehr Tempo aufnimmt, und um in DeFi-Bereich eben alles an Transaktionen durchführen zu können, sehen wir gleichzeitig im Gleichschritt, was die traditionelle Finanzwelt so tut, beziehungsweise die Dinge, die sich da entwickeln, begonnen alles in den 70ern, als die Amerikaner vom Goldstandard des US-Dollars abrückten, um den Krieg in Vietnam zu finanzieren. Richard Nixon, nicht nice. Deshalb rein in die Themen. Und da sind wir auch schon in einem drin. Wir kommen in der Zukunft. Nur als Beispiel ein kleines. Die Zentralbank in Zimbabwe hat fast eine Tonne Gold angehäuft, seit sie ein Gesetz eingeführt hat, das Bergbauunternehmen dazu zwingt, einen Teil ihrer Lizenzgebühren mit eben Gold zu bezahlen. Jetzt arbeiten sie daran, die Währung des Landes mit Gold zu decken. Zimbabwe hat einen Antrag auf Beitritt zur Bricks Entwicklungsbank gestellt. Die Bricks Entwicklungsbank hat erklärt, dass sie Kredite in lokalen Währungen aufnehmen will, um die Abhängigkeit vom Dollar zu verringern und ein multipolares, globales Finanzsystem zu fördern. Gold wird in Zukunft eine große Rolle spielen, genau wie in der Vergangenheit. Wir leben in Zeiten des Wandels. Schnappen Sie sich einen Platz. Ich empfehle Popcorn dazu. Bleiben wir bei Gold Telegraph. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte heute, dass China bereit sei, die strategische Koordination mit Russland zu verstärken, um Reformen im globalen System zu fördern. Beide häufen Gold an und wollen das internationale Währungssystem verändern. Die Zeiten ändern sich. Ich bin schon mal öfters darauf eingegangen, welche Auswirkungen es haben kann. Sollten die Bricks, dieser Handelsverbund, hier eine goldgedeckte Währung einführen und sagen, wir nehmen keinen Dollar mehr, wenn ihr bei uns kaufen wollt, dann natürlich zum jeweiligen Umrechnungskurs. Wir werden den Dollar aber nicht nehmen müssen. Wir können schon zu einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das über Blockchain-Technologie, Distributed Ledger-Technology, dann eben durchgeführt wird. Und dann haben die Amerikaner und viele andere Länder ein Problem. Denn, wenn die Bricks-Währung goldgedeckt ist, dann hat die natürlich einen stabilen und hohen Wert, wenn die Wirtschaft weiter macht, in dem Sinn, wie sie es eben tut. Das muss man verstehen. Auf der anderen Seite müssen dann die Amerikaner irgendwie halt immer mehr bezahlen, um dann eben Produkte und gerade fossile Energien von den Bricks-Ländern zu erhalten. Nicht so schön, aber jetzt redet man nicht mal über das Gold. Kommen wir zum Andermetall, was extrem wichtig ist, wenn es um die Zukunft geht. Und vor allem in der Verarbeitung von eben zum Beispiel Stromtrassen, Schaltschränken etc. Neueste Nachrichten. Die Bank of America sagt, dass die Kupferversorgungskrise da ist. Überraschung, Überraschung. Nur zur Erklärung. Kupfer wird überall benötigt, wenn irgendwo Strom läuft. Das sollte mal reichen. Ich bin kein Elektriker. Ich mache keine Anlage- oder Finanzberatung, wie gesagt. Aber um ein Kupferbergwerk zu bauen, bedarf es fünf Jahre an Vorbereitung, bis man überhaupt, egal wo, eine Genehmigung erhält, Kupfer abbauen zu dürfen. Und da ist die Verarbeitung noch gar nicht drin. Also sehen wir hier, wenn wir jetzt eine Versorgungskrise haben, wohin die Reise geht. Noch mehr Lieferengpässe. Kommen wir von der Bank of America rüber zur Zentralbank in Amerika. Just in. Die US-Notenbank wird die Zinssätze bereits im Juni um 50 Basispunkte und bis Ende diesen Jahres um 150 Punkte senken, sagt State Street gegen den Konsens. Der Wall Street. Information von Bloomberg. Ich habe hier keine Zertifizierung über diese Nachricht erhalten, aber es ist ein paar Mal durch Twitter durchgegangen. Auch habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass die Fed die Zinsen senken will. Warum? Wir haben eine Präsidentschaftswahl in Amerika. Und Präsident Biden braucht hier tatsächlich gute Stimmung und ein Wirtschaftswachstum. Egal auf wie viele Schulden das dann noch aufgebaut wird, die Normalbürger kriegen es einfach nicht mit. Punkt. Die haben hier Arbeit und dann Wachstum, Wachstum. Auf welchen Schulden das auch immer dann gebaut ist, sei mal dahingestellt. Sollte die Fed jetzt tatsächlich um insgesamt 150 oder 200 Basispunkte senken, dann passt diese Nachricht von Furkan gar nicht so in ihr Spiel. Gerade bestätigt. Die US-Inflation höher als erwartet. Der VPI liegt bei 3,5%. Prognose waren 3,4%, zuletzt 3,2%. VPI-Kern 3,8%, Prognose 3,7%, zuletzt 3,8%. Und zur Erinnerung, wir hatten im, glaube ich, September noch irgendwie 0,9%. Also auch da hat es sich dann rapide nach oben entwickelt. Die Inflation steigt. Und die Fed hat jetzt ein Riesenproblem, wenn sie die Zinsen nach unten korrigieren, eben wie gesagt um, zwei Prozentpunkte zum Beispiel, dann wird die Inflation richtig Gas geben. Wir hatten diese Situation schon mal in den 70er Jahren, da hat es die Fed schon mal gemacht. und dann, bumm, hatten wir jahrelange richtig miese wirtschaftlichen Daten. Denn auch die OPEC-Länder, auch die sind am Überlegen, eben die Erdölförderung zu cutten, noch einmal zu minimieren, was natürlich bedeutet, dass der Ölpreis noch teurer wird. Der ist jetzt schon bei 94 Dollar pro Barrel. Gut möglich, dass wir hier die 100 Dollar sehen, während die Amerikaner ihre strategischen Reserven schon für den Wählerwillen mehr als fast aufgebraucht hat. Seht ihr, was hier passiert? Die Schuldenblase wird platzen. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Aber jetzt kommen wir eben einmal zu diesem Punkt rüber. Krypto, in die wir investiert sind. Wir wissen auch warum. Weil eben das Finanzsystem so auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Und was war heute los, Freunde? Rot. Überwiegend rot. Es sind die Märkte nach unten geschossen nach dieser Inflationsmeldungen. Und in der letzten Stunde hat es sich wieder ein bisschen korrigiert. Währenddessen auf Solana ein versteckter Krieg zwischen den großen Akteuren herrscht. Die Benutzer haben keine Ahnung, aber die Folge davon sind endlose, fehlgeschlagene Transaktionen. Es steht nur so viel Platz zur Verfügung und wer die größeren Geschütze hat, gewinnt. Hier ist, was sie ihnen nicht sagen. Die großen Player auf Solana befinden sich im Krieg. Wie? Sie verwenden sich gegenseitig für die Priorität des Blockspeicherplatzes. Die Opfer dieses Krieges sind Solana-Nutzer. Sie können ihre Transaktionen nicht bestätigen lassen, weil große Player all diesen Platz für sich selbst beanspruchen, um an die Spitze zu kommen. Und so führen sie Krieg über einen DDoS-Attack. Jetzt bin ich auf der Seite von BSI.bund.de. Bei einer sogenannten verteilten DDoS-Attacke kommt anstelle eines einzelnen Angriffssystems eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen in einem großflächig koordinierten Angriff zum Einsatz. Durch die hohe Anzahl der gleichzeitig angreifenden Rechner sind es die Attacke besonders wirksam. Im Englischen wird diese Art Angriff als Distributed Denial-of-Service-Angriff bezeichnet. Eine DDoS-Attacke ist daran zu erkennen, dass sie deutlich mehr Netzressourcen als der normale Netzwerferkehr beansprucht. Sich vor solchen Angriffen zu schützen ist deshalb schwer, weil der Zielrechner die Daten erst erhalten muss, um sie zu analysieren. Doch dann ist es bereits zu spät. Der Hacker selbst oder die Hacker lassen sich nur schwierig aufspüren, da sie in den meisten Fällen mit gefälschten IP-Quelladressen arbeiten. Deshalb muss durch Basisschutzmaßnahmen verhindert werden, dass DDoS-Programme wie genannte oder andere in IT-Systemen eingeschleust werden können, die dann ungewollt zum Angriffswerkzeug werden. Dann zurück auf den Tweet. Eine bestimmte Solana-Wallet kann angegriffen werden, indem sie von über 100 verschiedenen Bot-Wallets aus gespammt wird. Die DDoS jede Sekunde mit der kleinsten Solana-Einheit, einem LAMPort oder 0,01 Solana. Was als nächstes passiert, wird Sie überraschen. Da jeder Block mit empfangenen Transaktionen gefüllt wird, kann diese Brieftasche keine Transaktion senden. Es ist praktisch unbrauchbar. Es gibt keinen Platz mehr, um Transaktionen zu senden, da es jede Sekunde unter die DDoS-Angriff eben zu leiden hat. Willkommen in Solanas verborgenen Krieg. Der Tweet, der komplette Thread in der Videobeschreibung wie alles, was ich euch zeige. Dann komme ich zur Cardano, denn auch hier hat Charles Hoskinson schon ein bisschen mit Kritik kämpfen müssen und jetzt hat er was vorgestellt. Charles Hoskinson verteidigt das Cardano-Netzwerk gegen die jüngste Kritik und hebt seinen Plan für Skalierbarkeit, Governance und Innovation hervor. In letzter Zeit ist das Netzwerk in die Kritik der Krypto-Community geraten. Charles Hoskinson, der Gründer dieser Plattform, hat sein Projekt jedoch verteidigt und die Fortschritte und Lösungen hervorgehoben, die Cardano implementiert hat, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen es konfrontiert ist. Einmal verteidigt er natürlich, dann haben wir hier die Skalierbarkeit, eine Herausforderung, die Cardano jetzt angehen wird. Viele haben sich gefragt, ob das Netzwerk ein ständig wachsendes Transaktionsvolumen bewältigen kann, ohne seine Sicherheit und Effizienz zu beeinträchtigen. Vor diesem Hintergrund hat Hoskinson festgestellt, dass Cardano einen einzigartigen Ansatz entwickelt hat, um diese Herausforderung anzugehen, indem es ein Konsensprotokoll namens Our O'Borrows verwendet. Ein Proof-of-Stake-Protokoll. Das es Inhabern von Cardano ermöglicht, an Transaktionsvalidierungsprozess teilzunehmen und das Netzwerk zu sichern. Dieser Ansatz reduziert nicht nur den Stromverbrauch im Vergleich zu Proof-of-Work Algorithmen erheblich, sondern ermöglicht auch eine größere Skalierbarkeit, da der Wettbewerb um komplexe mathematische Problemlösungen entfällt. Dann eben weitere dezentrale und transparente Governance, wissenschaftlicher und akademischer Ansatz, das Ökosystem im Zusammenarbeit mit Unternehmen etc. etc. Wie gesagt, lest euch das mal durch, finde es ganz interessant. Hier wird aufgeschlüsselt, wie Cardano jetzt mit der Kritik umgeht und Charles Hoskinson, einer der Mitbegründer der Ethereum-Blockchain, weiß, was er da wohl tut. Wie lange das jetzt dauert, da habe ich keine Informationen erhalten. Aber sie gehen die Kritik an und wir sehen hier, wir sind früh dran, Freunde. Dann komme ich mal zu Flair, unserem Smart Contracts Schaffer für die XRP Ledger. Rain Dex, ein revolutionärer Dex, Decentralized Exchange, kommt zu Flair. Durch die Nutzung der Flair Time Series Oracle & Rain Lange, Rain Protocol, ermöglicht es Benutzern, Benutzerdefinierte Handelsstrategien im zentralisierten Exchange-Stil auf der Blockchain zu entwickeln und auszuführen, erlaubnisfrei, dezentralisiert und vertrauenslos. Es ist ein langer Weg, um es in der Tat auszudrücken. Das Schreiben von Rain Lange ist so einfach wie das Schreiben von Tabellen, Kalkulationsformen. Und somit wird das Schreiben von Smart Contracts durch das System wahrscheinlich dann sogar noch fast kinderleicht. Werden wir jetzt auch abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Der Flair-Kurs nicht so prickelnd, der hat schön hingelegt, jetzt ist er wieder runter. Aber wir sehen hier dennoch, denn was auf dem XRP Ledger fehlt, ist die Smart Contracts Möglichkeit. Aber da haben wir dann eben Flair oder Evernote. Wir werden sehen, dass sich auch das weiterentwickeln wird. Denn wir müssen nur mal an den Stablecoin von Ripple denken, der dieses Jahr gelauncht wird. Dieser wird auch auf der Ethereum-Wirtel-Maschine oder auf Ethereum auch laufen. Auch da werden wir Multi-Chain. Ich bitte das immer zu bedenken. Die letzte Nachricht ist die für mich Bullischste. Schaut euch das mal an, was bei Quant los ist. Leute. Breaking von Greg Lund Eine neue Wallet namens Bitcoin Swiss Deposit hat 566.671 Quant erhalten, was 1,25% des Gesamtangebots entspricht. Das sind über 67 Millionen Dollar zu aktuellen Preisen. Bitcoin Swiss ist eine institutionelle Schweizer Kryptoplattform. Es gab ein paar Dinge, die ich an dieser Lagerstätte interessant fand. Die Wallet, aus der die Token stammten, nennen wir sie mal Wallet A, begann am selben Tag, an dem das Projekt Rosalind im Juni 2023 als Erfolg gewertet wurde, große Mengen an Quant zu stapeln. Das Projekt Rosalind ist eine wichtige CBDC-Initiative der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, bei der Quant als technische Grundlage verwendet wurde. Die Wallet in der diese Token gelandet sind und die Archim Intelligence als Bitcoin Swiss Deposit bezeichnet hat, war nur zweimal aktiv. Diese Einzahlung und ihr Erstellungstag im August 23. Der Erstellungstag war auch das einzige andere Mal, dass Wallet A jemals aktiv war. Also hier ist, worauf ich raus will, eine riesige Quant Wallet, die nur an dem Tag aktiv war, an dem Rosalind fertiggestellt wurde, ist jetzt wieder aktiv, nur wenige Tage nach der Ankündigung von Project Agora. Während also nichts sicher ist, scheint hier etwas Bedeutendes zu kochen. Und vielleicht noch wichtiger, der Quant Token zeigt weiterhin an, dass es genau wie beabsichtigt verwendet wird, Netzwerk Dienstprogramm. Große Umzüge in Kürze. Eins, zwei, boom. Es läuft voran, Freunde. Das war's für mir. Paar News zur Wirtschaft, Gold, Bricks, Quant, Solana, Flair. Ich wünsche euch von Herzen Werdezeit und bleibt gesund. Es ist das höchste Gute, das wir haben. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin einfach passt auf euch auf. Ciao, Freunde.